Bevor der hier noch irgendwie Granaten wirft, da ist einmal der Kollege dazwischen, das wäre ziemlich ungünstig. Könntest du dich mal bitte so hinstellen, dass du da jetzt gleich reinhältst, glaube ich, das ist. Ganz genau. Oh, die nehme ich jetzt hier noch anfangen zu schießen. Der war knapp da oben. Wäre bitter gewesen, wenn der fällt. Okay, volle Suppe reinhalten. Was haben die hier? Werden wir Bombenunterstützung haben? Werden wir auch Bombenunterstützung? Nee. Vielleicht noch was wegknallen, was da ist. Bei dem unteren Graben als erstes einnehmen? Da kommen wir direkt an die Artelebnisse, das ist ja schon toll. Ah, wo seid ihr denn? Und Schadung, Widerstandswege, Nutzen, Spannung, Anplanaten und so weiter. Fahrische Pioniere. Sobald wir den Punkt eingenommen haben. Das ist ja alles Tutti-Futti. Umbericht in der Ecke geparkt. Ja gut. Hey, schön, dass du da noch rumstößt. Ja, das brauchen wir ja nicht. So wie es aussieht. Wie sieht's aus? Bombenunterstützung, okay, gut. Wir gehen da ganz schön auf den Sack. Der Punkt ist unser. Wir bräuchten hier mal einen Pionier zum Aufbauen. Zum Abrüsten der ganzen Zäune hier. Okay, das nervt nämlich unheimlich. Stell dich seitlich hin. Was ist jetzt hier mit meinem Bomber? Würde du heute noch mal was? Sag mal eine Bomber ab. Nicht auf das ist ja schön, dass du die A-Talerin geschießt, aber du sollst da hinten. Ich meine, wir können noch mehrere bestellen, ne? Das ist jetzt alles hier kein Problem. Ja. Gibt es hier drüben noch was? Nicht, dass ich wüsste. Na ja, die können ja ein bisschen popper hier und gerne sein. Ja, und so. Ja, Mai. Komm, es war Wahlen. Jetzt seid ihr wieder antreten. Hier, los. Das ist sehr unnötig. So, verteilen. Jetzt rücken wir vor. Warten auf Befehle. Wir helfen hier. Positionen vorbereiten. Befehle vorwärts. Rückt zu dieser Position vor. schon mal ein stück mehr herankommen das gute bayerisch also erst mal rein zählst auch dazu feuer die walten erstmal übrig der rest ist für oben zum angriff gedacht wenn einer oben durch kommt schöne sache feuer fiese position feuer nochmal hier hinten rein verstärkung wird noch nicht beordert ich kann es nicht leiden jetzt kommt es ein bisschen darauf an wie lange die art wb 11 wie viel glück wir noch haben auf feuerweite vorbereiten wir haben unsere ziele halt drauf ok dann sind wir erstmal vor oben zuständig alles klar ihr dürft euch nach hause zurückziehen alles klar der rest versucht dann nochmal um hier rein zu kommen du bewegst dich erstmal du machst pause es ist gerade dir urlaub verdient alles klar das ding ist weg es wäre jetzt sehr schön wie wir Mörser glühen ja wir könnten uns wahrscheinlich einen angehen aber ich will jetzt komm ich kann nicht widerstehen einmal können wir die nummer bringen so vorwärts den verein ich würde sagen das ding hat sich gelohnt der Börser ist weg ja ich bin heute mal auf feuerweite zu groß einfach nur viel zu wenig genutzt haben auf dem wir oben lang wir brauchen länger wir brauchen 5 veranda Hier bleibt hier hinten als Deckung stehen, das ist gut. Das fährt dann gar nicht wohin. Reinhalten, wir sollten mal langsam ein bisschen Verstärkung kommen ran. Sonst wird das heute gar nichts mehr, eine Verstärkung ist immer ganz schlecht. Steht keiner zur Absicherung? Was ist das hier? Ihr wisst nicht wohin oder was? Nach vorne könnt ihr, zurück könnt ihr auch nicht. Die Truppe, die keine Lust mehr hat oder wie? Schon lustig. Halt rein. Ich weiß nicht, ob ihr das schafft. Wir können es probieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da nicht ankommt. Ich weiß nicht, ob das klemmert ist. Wir haben neue Befehle. 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 Wie benutzt dich? Hier kommt eine ganze Menge! Um nicht zu sagen, wow. Ich nöbel hier ein, dann sehen die nichts. Hör mich, ey. Hör mich, ey. Wir geben uns alle Finale an die Nasen gehören, die wir steigen wollen. Wir sind nicht herauf. Los geht's, unser Ziel steht fest. Wenn ihr irgendwie noch könnt. Wir haben neue Befehle. Auf dem Feuerstuhl allein haben Befehle. Vorwärts. Los geht's. Lass uns die Position vor. Schick nicht auf. Los geht's. Setz sie unter Dach. Vorwärts. Wo sie Jordan vorbereiten. Mannschaften bereit. Feuer von uns. reinhalten sie kommen wir kommen dem panzer ganz schön nah mal probieren hier geht er oben rein die absolute elite ein bisschen mit nach und überängstigend dass sie jetzt gerade angestürmt kommt auch wenn es nichts mehr reißen kann aber eine ganze menge wenn ich jetzt hier vorne an den grabenrand schaffe dann hilft mir das auch nicht weiter bei der masse dreh dich 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 dreh du darfst nach hause du gehst rein wow denn jetzt extra so dass vier mgs schießen also besser geht es ja gar nicht oben brauchen wir mindestens noch zwei drucken die da noch mal ran und warten auf befehle wir haben neue befehle gleich oben kommandiert und abdegradiert warten auf befehle jetzt wollen wir es aber wissen warte mal bis der zweite panzer kommt kann ich anders na bewegst du dich dann weg das ding ist nicht gemacht das ist doch mir lächerlich bei dem da oben übern außen feuer durchrücken hier steht da bombe ein glück haben die kein panzer super lohnt sich das noch oder noch mal so schießen dass der panzer zurück ziehen Hier lockt man noch vorne durch und übernimmt den Bunker. Dann warten wir aber bis die Jungs hier fertig mit ihrem Spaß sind. Ich würde sagen, es hat sich da erledigt. Sind die noch rumgelaufen? Ich habe jetzt gerade nicht auf die Karte gekommen. Das war mir jetzt auch nicht so wichtig. So, wie soll ich oben absichern? Wunderbar. Oh, Herrgott. Jetzt reicht es mir aber. Wenn ihr nochmal Stress haben wollt, könnt ihr den haben. Volle Artillerie-Unterstützung nochmal angefordert. Mit Gasangriff. Das Beste, was ich zu bieten habe. Soll die Bayern noch ein bisschen angreifen? 25% weniger durch MG-Beschuss. Ja, das ist gut. Na los, Bayern. Ihr seid jetzt dran. Jawohl. Warte auf Befehle. Wie lange wollt ihr da jetzt noch angreifen? Ja, habt ihr noch Bock? Feuerweizen. Feuerweizen eingestellt. Die machen so lange. Wirst die wirklich nicht mehr können? So, jetzt ergebt euch. Wir wissen alle, dass das nichts mehr wird. Wohoho, wie die da kommt. Ich hole die zweiten Panzer nochmal ran. Nur weil ich das Ding noch nicht eingenommen habe. So kann man ein bisschen schreien. Ja, wow. Wir müssen sie einfach nicht aufgeben. Wir müssen sie einfach nicht aufgeben. Aus allen Rohrn. Achtung! Seht eure Ziele! Ja! 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 Jo... Das ist doch Wahnsinn. Danke! erella, Schempannsee! Ihr seid dran! Los, Alwetter, Hansel! dass wir unter dem ganzen beschuss überhaupt vorankommen ist ich meine ja die haben doppelt live gekriegt aber trotzdem schau dir das mal an wie die hier gefickt werden der kommt noch in den graben der schafft es noch wow wir verheizen alles ja So, dann schön hin. Jawoll! Ha! Das ist... War's das jetzt? Komm schon, ihr könnt nicht mehr. Das ganz... Das hält noch kein Mensch durch. So eine krasse Offensive. Komm, wir holen da mal mit Gas rein. So, rück mal vor. So. Weiter geht's. Ah, Gas nützt ja nicht, ne? Wir haben eine Belobigung oben drauf. So, rücken. Da steht der Mörser. Können wir noch einen befehligen? Ja. Ja. Wer die Nase zu weit raushält, muss ich nicht wundern, wenn man eine drauf bekommt. Ja, das macht schon Sinn. Bereit für Aufklärungsmission. Alles klar. Seid ihr soweit, ihr dürft mit vorrücken. Die Generäle wollen diesen Abschnitt haben. Bereit für Befehle. Ein Panzer. Luftaufklärung. Seid ihr bereit, Jungs. Bereit. Los geht's. Achtung! Vor dem Mörser hab ich Respekt. Das musste ich lernen. Zwei Bomber, ein Aufklärer. Bereit für Feuerbefehle. ADP nach. Wir haben Befehle für eine Feuermeister im Vorbereit. Für eine leichte Stelle. Feuerladen. Einen könnten wir noch machen. Dann ist aber auch gut. Alles andere, was jetzt reinkommt, muss jetzt so vernichtet werden. Das muss dieser Panzer schaffen. Plus diese Armee, die wir hier gerade zur Verfügung haben. Plus die drei, die aus der Reserve abgezogen werden. Die gehen das an. Sehen tue ich da nix, ne? Eigentlich sollte ja der Aufklärer da fliegen, aber so richtig... Das ist ja noch keiner drin. Das ist noch da was. Fünfzehnmal. Drei Truppen vor oben. Ich fasse es nicht, ihr kriegt nochmal Verstärkung. Ich will gerade angreifen. Jetzt nicht drauf geachtet. Ich wollte jetzt gerade oben durchmarschieren. Ja, los. Komm raus. Ihr sollt jetzt oben angreifen. Du bleibst hier noch stehen, damit die uns hier nicht in die Flanke fallen. Dann gibt's jetzt hier den vollen Angriff. Ihr beschießt hier nochmal und der Rest bleibt erstmal übrig. In der Hoffnung. So, ihr geht da hin. Keine Ahnung, ob da noch einer sitzt. Ja, da sitzt natürlich einer drin. Kommandiert nochmal ein paar mehr ab. Das kann nicht schaden, wenn wir da jetzt vielleicht noch ein bisschen was ran holen. Wir können noch 27 Infantrie-Einheiten holen, plus die Reserven, die hier unten rumlungern. Wir haben neue Befehle. Wir halten hier die Stellung. Okay, alle mal rein da. Könntet ihr die dann mal über den Haufen schießen? Das kann ja nicht wahr sein, dass die jetzt hier nochmal rankommen. Los, rein mit euch. Wir müssen los. Die Morser sind so gut wie alle erledigt. Alles klar. Wollen die mich da gerade verarschen? Wir haben eine Abteilung mit dem Zocker gekriegt oder wie? Wir halten auf Befehle. Wir warten auf Befehle. Wir werden gleich zu dieser Position vor. Wir werden da jetzt nochmal ordentlich rein. Wenn du auf der Posten drum rum rennst, wirst du vielleicht nochmal Karten nach anzukommen. Wir bleiben auf Befehle. Wir bleiben auf Befehle. Wir bleiben auf den Morser. Feuer auf den Morser. Rein mit euch. Rein mit euch. Durchrücken, durchrücken. Neu sammeln. Hier kommt hinten rein, das ist sehr gut. Da steht man, ich bin mir nicht sicher, ob der noch einen hält. Da kann ich tatsächlich in meinem Panzer noch mal, und mich einer reinhauen. Wenn man ihn nicht respektiert. Okay, durch. Natürlich reicht das nicht. Machen wir es halt so. Lass sie euch rausrücken, was wollen sie noch machen? Der Sieg ist unser, Gentleman. Du darfst meinen Hut werfen, wenn du magst. Und jetzt hol ihn zurück. Schön aufs Niemandsland geworfen, wo ein MG steht. Jetzt hol ihn zurück. Wollen wir nicht gucken. Ein glorischer Sieg. Ich war so gut. Wenn die zuvor... Nein, die haben nichts mehr. Die können einfach nicht mehr. Aber Premiere heute, wir haben ein Gelände ohne Widerstand eingenommen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, bis zum Hafen durchzurücken und Üpern einzukesseln. Warten auf Befehle. Einwandfrei. Eingekesselt, eingekesselt. Bereit machen. Achtung. Wir haben alle Befehle. Dann ist der eingekesselt unten, oder? Weiß ich nicht. Das werden wir jetzt zusammen herausfinden. Ne, Oran. Das Gebiet hört uns. Warten auf Befehle. Jetzt aber im Laufschritt. Wir haben neue Befehle. Los! Bereit machen. Ausrücken. Bereit machen. Warten auf Befehle. Bereit machen. Vorwärts! Wir wollen das Gelände auch irgendwie ein bisschen sichern. Bereit machen. Braucht auch nicht mehr so viel. Kriegt auch einen noch. Achtung! Wir haben neue Befehle! Ich komme damit ehrlich nicht klar. Wir sind unterwegs! Da stellen wir noch einen hin. Super. Wir haben neue Befehle! Damit steht erstmal alles. Wir haben genug Nachschub. Ich will unbedingt Paris einnehmen. Das wird verdammt schwer da ranzukommen. Aber wir haben ja genug Siegeswille. Das kann also noch ein bisschen dauern, bis wir hier wirklich durchkommen. Außerdem werden jetzt die Frontlinien wieder begradigt und verstärkt, sobald die Sachen eingekesselt sind. Oder bis der Kessel geschlossen ist. Bis dahin müssen wir versuchen, hier so weit vorzurücken, um eine Erscheinung zu erzwingen. Bis dahin müssen wir versuchen, hier so weit vorzunehmen. Vielen Dank.